Chef, dein Meeting fängt gleich an. Oh. So, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Hallo, liebe B&E-Kollegen. Liebes B&E-Unternehmer-Team, ich heiße euch ganz herzlich zu unserem wöchentlichen Online-Meeting willkommen. Auch ein herzliches Willkommen an unsere Besucher zum heutigen Treffen. Liebe Besucher, nun sind Sie an der Reihe, uns darüber zu informieren, wer Sie sind, was Sie machen und welche Geschäftskontakte Sie suchen. Wenn auch Sie eines der B&E-Unternehmer-Teams besuchen möchten, dann melden Sie sich bei uns.